Ich würde es total vermissen. Und was würdest du daran vermissen? Am Schlagzeug spielen? Ja. Es ist einfach... Hast du schon mal Schlagzeug gespielt? Dieses Gefühl? Dieses... There's nothing that we could do To hear the sky from coming through Crashing Through Roofs Einer der wenigen Songs auf dem Album, die ich mit 17 geschrieben habe. Das elektronische Gewand steht diesem Song echt gut, finde ich, und er macht mit der Band besonders Spaß wegen des langen Schlagzeugteils am Ende. Der Song soll mich immer daran erinnern, angstfrei zu bleiben in Zeiten der Sorge und Trauern. Musik Untertitelung. BR 2018